Wo ist denn der Rex? War doch gerade noch da. Hier kein Rex mehr. Ach, der ist ja hinten rauf. Gut, sehr gut. Mhm. So was kennen wir schon. Noch ein korrupter Pteranodon. Mann. Ja, ein Rex, schön. Ich wollte mich doch hier nur umschauen. Ah, eine Spinner. Komm, dreh dich um, Igo. Da hinten. Oh, ein korrupter Tech-Rex. Juhu. Ach, korrupt. Was war das? Ich hab's nicht einmal gesehen. Das war ein normaler Dealer, oder was? Das da hinten dürfte die Begrenzung sein, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, okay. Wir sind ziemlich am Ende der Map. Ich bin jetzt trotzdem neugierig. Da gibt's natürlich Metall zum Abbauen, ist klar. Aber was ist das? Moment. 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 Ich hab' große Flamme. Da unten ist Wasser. Verlier' leicht leben. Oh, da muss ich hin. Das ist Holz, das weiß ich schon. Skorpione. Wenn ich da runtergebe, brauche ich auch irgendwann weg rauf. Ach, warte mal. Ich komme da drüben bei der Stadt eventuell dann rein. Eventuell. Reicht mir das. Reicht mir. Das sind diese Luft, diese, diese, diese Säcke. Das ist ein normaler Stein. Okay. Tschüss, Trike. Charge beim anderen an. Nicht mich. Weg. Ja. Was ist das? Ein Tech-Raptor. War das ein Raptor hinter mir? Ich fürchte. Papillon hinter mir? Uah. Kein Kampftier. Ich bin hier auf einem Flüchttier. Oh, ich verliere ganz schön Leben hier. Korrupter Dilo. Normaler Dilo. Normaler Trike. Drei korrupte Dilos. Aber wenn wir es nicht probieren, werden wir es nie rausfinden. Halbes Leben. Ich will Leute. Ui. Er lasst die gar nicht ran. Ui. Machen wir 10 Schaden. So, die möchte ich abbauen. Das Ding kann man nämlich als Polymer verwenden. So. Ach du Scheiße. Da passt kein Leben mehr. Mal Leben regenerieren. Lassen es mich da durch. Danke. Raus aus der großen Flamme. Okay. 47 Leben. So. Mein Leben sollte wieder regenerieren. Jawohl. Ob das was bringt, ist die Frage. Hi Trucker. Hi Pizzi. Hi Pizzi. Hi Pizzi. Dann sind viele korrupte Fieger. Ja, aber wie man sieht, komme ich mit dem Ego doch ganz gut durch. Aber jetzt ist einfach meine Gesundheit knapp worden. Ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die Höhe ist. Während wir warten, dann brauche ich das da. 20 Elemente, das brauche ich für jedes Mal. Ego. Bleib mal kurz stehen. Immerhin ist die erst mal kalt, wenn das Ding gibt. Ja, genau. Aber man sieht nicht lange, hier oben ist man schon wieder heiß. Ich brauche 20 das, damit ich die überhaupt losschicken kann. So teure Angelegenheit. Und ich muss dazu sagen, ich habe auf meinem Server zweieinhalbfach jetzt eingestellt. Arbeitsrate. Äh. Nein. Hm. Das war nicht gut. Aber so weit sind wir nicht weg, Gott sei Dank. Das war jetzt ein Typ mit der Darnung. Mhm. Moment. Bei der Aktion geht man sonst das Fleisch aus. Ich muss den Eingang ganz rechts nehmen. Da ist ein Biberdarm. Und ein Biber. Cool. Also ich habe das Gefühl, Zement hat man nie Mangel auf der Karte. Das war nicht der Eingang ganz rechts. Der Eingang ganz rechts ist noch weiter drüben, oder? Ja, das ist ja ohne Weg. Bin ich froh, dass du dich gerade verschrieben hast, Zinidra. Oder soll ich jetzt sagen? Oh. Genau. Gib's zu, du hast das gefeiert. Auch schon ein Rex. Kann es sein, dass ich da in einer Rex-Gegend wohne? Also von Rexen war hier nicht die Rede, sonst muss ich mir überlegen, ob ich umziehe, ja? Nehmen wir den Eingang daneben. Den bin ich vorher, die nehmen wir. Ihr hattet Spaß, ja? War mir klar. Ne, halt, an der Schnecke bin ich vorher gerade vorbei. Genau. Da wollten wir hin. Da ist mein Lootstrahl und ich glaube, da drüben gibt es einen Weg runter. Genau. Ich finde, die Stadt ist richtig schön gemacht. Da ist ja auch überall Metall. Okay. Nein. Da müssen wir lang. Wir gehen lieber die Rampe runter. Da ist es. Da ist es nicht mehr weit. Schildkröte, Schildkröte, hopp, hopp, mach ihn fertig. Da ist noch einer. Komm, Schildi, du machst ihn fertig. Der ist gleich down. Danke, Schildi. Du bist mein Held. Ich muss kurz weg und dann kann ich was trinken. Ich friere, ich habe Durst und ich trinke. eine Rüstung. Dankeschön. Jetzt müssen wir nicht mehr darauf warten, dass mein Leben steigt. Aus irgendwelchen Gründen ist mein Leben wieder voll. Und für die nächste Scout-Aktion haben wir genug Dust. Ich weiß mir, es heißt, ich verliere hier schon Leben. Es hat 67 Grad. Cool. Da haben wir diese Gas-Backs. Die haben haben will. Da ist ein Pronto. Ein Skorpion. Korrupte Tiere. Oh, Terranodons. Ich glaube, das Skorpion ist das geringste Übel. Wo ist denn da hin? Da unten. Moment mal. Kann ich das? Nein. Äh, Moment, meine Bögen sind verkehrt herum. So. Ego. Das ist ernsthaft nur Deko? Aber coole Deko. Muss hier wieder raus. Schwefelfelder. Schwefelfelder. Ach, deswegen ist es wahrscheinlich auch so heiß. Wie geht es davon aus? 67 Grad auf 13. Ja gut, da kann einem kühl werden. habe ich für die genug Torpepeile mit habe. Für die ob das reicht. Map. Soll ich mal probieren so ein Ding da zu fangen? Kleinen sind abbaubar. Genau, das ist die Extinction Rüstung, die du dir freischalten konntest. Und da habe ich in Wahrheit ganz einfache Stoffklamotten an. 0815 Stoff. Ich glaube, Leder wäre nicht so gut in einer Gegend, wo es so heiß ist. Die Kleinen sind abbaubar. Dann muss ich mal so einen Kleinen suchen. Da vorne beim Stego war es relativ friedlich. Äh, beim Bronto. Bink macht mit den ganzen Ruinen und teilen da. Meinst du das da, oder was? Ne, das ist normaler Stein. Das war Deko. Wir haben da vorne korrupten Viecher. Eko. Ja, wahrscheinlich. Aber erst muss ich den Trike loswerden. Hier, der behübt das Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ich meine, nein, jetzt habe ich kein Problem mehr. immer. Danke. 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 Kann man wahrscheinlich nicht herstellen, wenn man kann, Flint, doch, Hammer. Ach so, aber jetzt fehlt uns der Flint. Ich hab doch hier noch eine 0815 Steinhagst. Ach so, Blödsinn, ich hab doch da ne Anke. Noch auch doof. Komm her mal, Kleiner. Hier hätte genug Wumms, um mit den Raptoren fertig zu werden. Aber bis ich die da drüben hab, hab ich keine Nerven mehr. Setz dich auf mein Hologramm, Ego. Nein. Ich hab mir sicherzahle meinen Ego schon abgespeichert. Dem kann gar nichts mehr passieren. Dem Track erfolgreich entkommen, in den Raptoren reingelaufen. Ja. So. Das reicht. Aber das wär's natürlich, wenn man den plötzlich davon reiten könnte, hm? Und der Paar überlebt das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, geh da rein. 33. Ah. So. Geh mal gleich da nach vorne. Welchen Level ich hab. Pah. 39. Nein, 56 hab ich noch nicht. Hab ich gerade erst in Anke-Sattel gelernt. Daneben getippt. Ja. XP hab ich auf zweieinhalb jetzt Hochtritt heute. Letztes Mal hatten wir es auf zwei. Noch mehr als einer. Kannst du mal laden. Kannst du mal laden. Es gibt einen Moment. Wenn du mal in der Zeit hast, was sie verraten. Also 10 Euro. Wenn du nicht gehst. Ob der Stego. Ich muss mal kurz was fürs Wasser tun. Wenn es noch ein paar Bären sind. Die helfen gar nichts, okay. Komm mal mit, du Enforcer, du könntest mir helfen. Ich würde sagen, den kann ich abschreiben. Komm. Ja, 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 ja. Mann, kriege ich niemals hin. Ja, verkehrte Richtung. Schnell in Richtung Stadt. Keine Ausdauer. Habe ich schon mal gesagt, niemals aus. Das sind ja richtig viele von diesen Gasbällen. Oh, Knochenbruch. Ne, das kriegen wir nicht mehr hin. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ne, ich regeneriere hier gar nichts mehr. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Ah, ist doch nur ein normaler Rex. Was hast du denn da nun? Durch die Hitze. Da hat es 76 Grad gehabt, PC. Hi, Wombard. So, jetzt überlebe ich bis dahin. Das Problem ist, bei 76 Grad reichen auch die Stoffklamotten nicht aus. Ich hatte mir gedacht, ich spare mir die Zeit, die anzuziehen und renne gleich, nachdem mich dieser Rex auch noch abgelenkt hat. Es haben jetzt auch nicht mehr viele Meter gefehlt, bis in die Sicherheit. Schießt mich nicht, Rexi. Du auch nicht, zweiter Rexi. Der verbrüllt zwar verdammt laut. Ja, ihr habt es nicht beide gesehen. Ich habe es kapiert. Wie habt ihr aufgehört? Achso, ne, ihr habt es nicht aufgehört. Schnell regeneriert. Mir hat keiner gesagt, dass ich hier eingezogen bin, dass die Rexe wohnen. Anke, hilf mir. Biete dich mal als Futter an, bitte. Lass mich wenigstens angehen noch, ja? Okay, die zwei sind runtergeflogen. Komm, gib mir mein Inventar. Immer mal weg da. So. Okay. Okay. Mein Ego ist in diese Richtung weggerannt. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir die noch mal finden. Aber wir werden es probieren. Habe ich hier eine sichere Ecke irgendwo? Irgendwo. Ist es hier sicher? Nein, neben meinem Raptor ist es nicht sicher. Ist es hier auf der Rampe sicher? Ist es hier auf der Rampe sicher? Schaut so aus. So. Even. Hmm. Hm. Muss der Reichweite. Ein Dreieck, ein Rex. Moment, dann schauen wir mal was anderes. Äh, ich habe bisher keinen Tribe erstellt. Aha, okay. Dann werden wir auch keinen Tribe-Lock haben. Aber ich sehe gar kein grünes Tier, also gehe ich davon aus, dass der Ego schon tot ist. Da ist ein toter Skorpion. Okay. Komm zurück. Danke. Also ich habe jetzt zumindest keinen mehr gesehen. Nachdem Plan A fehlgeschlagen ist, könnten wir jetzt Plan B probieren. Ah, zwischen den ganzen Rexen ist das Irrsinn. Überhaupt bei dem Lebensverlust. Ich brauche was zum Fliegen. Von einem Rex getötet? Okay. Jetzt wirst du da? Okay. Dann passt. Spät. Du siehst mich nicht. Du bist neuerdings kurzsichtig und riechst auch schlecht? Besser. Oder auch nicht? Irgendwo streife ich dich schon ab. Da ist ein Skorpion, aber den willst du auch nicht. Das weiß ich. Wer will mich? Das ist immer besser. Ah, hab du an. Die wollen mich auch nicht haben. Die haben aber auch mehr. Also na gut, ich habe ja keine Rüstung an. Ich habe ja nur diese Blühstoffglamotten an. So. Jetzt gehe ich aufräumen. Der nimmt hier das alles begräumt. Ob es das weiß, weiß ich noch nicht. Komm mit einmal. Du spielst jetzt meine Rächerin. Seine Nachbarschaft wird immer freundlicher. Ja. Ja. Der Pteranodon wird gehen, den könnte ich schon reiten. Den Nagel kann ich noch nicht reiten. Ist er wieder da, Wombat? Sehr gut. Ja. Und das wir haben jetzt heute umgezogen. Mal sicherheitshalber nachschauen. Gut. Hm. Viel Spaß. Mach sie fertig. Richtig so. Was knabbert denn da alles an dir? Nur die zwei Raptoren? Autsch. Sind die Raptoren hier irgendwie stärker? Ihr könnt mich gern haben. Da oben dürfte sie mich fressen. Ja. Da oben. Sehr gut. So. Ich habe eine echt nette Nachbarschaft. Ich mag da weg. So viel weiß ich jetzt schon. Die Frage ist nur wohin. Hm. Hm. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Einen richtigen Spawnpunkt bei mir habe ich. Oh ja, den da. Der müsste relativ nah sein. Ja super, ich bin wieder ganz unten. Das ist ein Nachteil an diesen vielen Ebenen. Hallo Dodo. Zähm dich gleich. Pass auf. Wenn ich richtig. Passt. Ich muss da hoch. Ich muss so außen rum. Hallo Spinner. Oh, hast du eine Spinne platt gemacht? Ah. Ähm. Im Wasteland ist immer heiß. Du hast immer die Anzeige für erhöhten Essenskonsum. Ach Mist, das war die Ecke, die ich machen müsste. Gut, da bin ich schon mal lieber ein Durchkommen. Einmal. Hm. Also du siehst das jetzt eh gleich. Ich warte jetzt, bis der Rex da unten tot ist. Oh, die Raptoren. Noch ein Rex. Was ist denn heute los? Das letzte Mal war es nicht ganz so brutal. So, der eine Fender ist tot. Der zweite Defender ist auch gleich tot. Ah. Ja, der ist gleich tot. Kennt man wunderbar daran, wie viele schwarze Stellen, beziehungsweise wie Sarah pritzelt. Er ist tot. Also muss ich über eine andere Rampe hoch. Ähm. Wie willst du dich gegen 75 Grad schützen? Zum einen mit Suppen. Zum anderen, wenn du drüber fliegst, du verlierst ja nicht zu viel. Es ist ja nur, wenn du da draußen wirklich was versuchst zum tun. Du siehst das auch bei mir jetzt. Ich hab 67 Grad gerade. Genau. Gili-Rüstung. Super. Nichts wann kann man die Gili. 33. Allerdings muss ich da die Lederrüstung vorher lernen. Ist das deine Strategie, die zu Tode zu füttern? Ja. Ich will, dass sie an Fleischvergiftung sterben. Das Problem ist, dass ich auf jedem meiner Wege irgend so ein blödes Vieh habe. Da gibt's keinen Weg weiter. Da ist der Rex hin. Der Rex ist weg. Der Rex ist weg. Der Rex kann mitnehmen am PC. Eine Euler kann nämlich zum Beispiel Flächenheilung. Also, beziehungsweise die heilt alle in der Umgebung. Ohne der würde ich sowas gar nicht probieren, diese Challenge. Da hatte ich eh nichts mit. Diese flachen weiß-grünen Steine kann man auch abbauen. Sind das die, die Öl abwerfen? Das sind jetzt nur noch ein paar Skorpione. Nur noch. Ich denke, ich mache schon. Wohl ist der Zweite. Der vergnügt sich da hinten mit dem Biber. Okay. So. Das ist die Täusche. Das ist das Richtige. Hast du ihn fertig gemacht, Biber? Ja, brav. Hat keinen Loot. Schade. Okay. Da hinten war jetzt nichts mehr. Da liegt irgendwo... Da ist der Raptor. Er versucht gerade auf der anderen Seite hier hochzukommen. Steckt jetzt da. 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 Ich hoffe, du schlafst gerade gut. Ich hatte sie doch vorher gesehen. Genau da. Da. Auch mal nämlich wieder. Zumindest das. 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 Und das. So. Der Rest kann da bleiben. Ja, genau. Den Loot wollte ich noch teilweise einsammeln. Wo ist der zweite? Da war doch noch einer. Da ist nur noch ein Trike. Ich glaube, jetzt schaut die Gegend wieder voll friedlich aus. Ein Wässerchen drüben. Das war der andere Raptor. Schade, der war 72.